Musik Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Musik Gute Aktion. Gefährlich. Im Moment kommen sie nicht richtig, Schussversuch. Linda kann parieren. Der Britz. Leupolz. Leupolz. Und Marujan. Guter Vorstoß da jetzt. Klasse Pass. Und jetzt die Chance. Kein guter Abschluss hier. Klasse Pass. der britz schön dazwischen gegangen ballverlust jetzt der ballverlust weiter mit dem vorteil mal sehen ob sie den nutzen können wird jetzt gefährlich das ist beeindruckend sie spielen pass und pass und pass und pass und pass und das mit einer solchen sicherheit sensationell superaktion das ist die balleroberung unwiderstehlich sieht gefährlich aus die möglichkeit zu flanken das war eine gute chance aber jetzt abstoß das ist korrekt es gibt geld die gibt vielleicht nicht jeder aber geht in ordnung das war nicht regelkonform richtige entscheidung der schiedsrichterin klar sie wieder zum ball aber das timing passt einfach nicht um keinen platzverweis zu riskieren wird die spielerin jetzt ausgewechselt kann man zumindest so interpretieren ja das ist auch klug denn bei der nächsten verwarnung wäre sie fällig gewesen jetzt maro schon da kommt der pass auf außen das sieht vielversprechend aus und das ist der ballverlust stina blackstenius stimmt den ball da super auf außen ist jetzt platz jacobs song sie scheinen sich den gegner zurechtlegen zu wollen der ball läuft gut aber noch finden sie keine lücke und jetzt vielleicht die chance gibt ecke sie sind nach wie vor in rückstand und müssen jetzt alles versuchen es wird gewechselt vielleicht läuft es dann ja besser der ball kommt rein abgefiffen das war abseits der britz der britz jetzt maro schon schirmt den ball gut ab maro schon sie lassen den ball gut laufen schwer für den gegner das zu unterbinden ja könnte was werden fängt diesen ball ab schönes zu spiel gute aktion gefährlich naja jetzt müssen sie aufpassen alles sieht gut aus jetzt ist gefährlich sauberes deck legen und so haben sie jetzt ball besitzt da wer platz für den konter wenn sie sich so viel zeit lassen dann dürfen sie sich natürlich nicht beschweren dann ist die abwehr natürlich wieder zur stelle klasse passt sie gefährlich aus super aufgepasst nicht zum ersten mal leute einwurf für deutschland jetzt jetzt mal ja könnte was werden gute aktion jetzt mal schon und da ist dabei wieder weg voller einsatz hier sie haben den ball gefährlich flache flanke jetzt da blocken sie den ball gerade noch ab gute aktion balleroberung ja da sieht man die übersicht dieses spielverständnis ein harter zweikampf aber alles fair stina black stenies jakobsson wird das seine torschance schöner spiel auf bau schöne aktion lässt sich den ball nicht abnehmen abgefangen gut gemacht da verlieren sie den ball so und jetzt sind hier noch 30 minuten zu absolvieren nun das lani ein guter doppelpass super pass und hier holt sie sich den ball jetzt mal schon der britz pop am ball jetzt mal schon naja jetzt müssen sie aufpassen jetzt vielleicht was für eine aktion so gerade eben noch verhindern sie das tor was für eine rettung start ecke kommt ins zentrum situation geht weiter immer noch gefährlich ist hier immer noch einmal ja könnte was werden maro jahn nicht drehen aber das war knapp ja 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 könnte gefährlich werden jetzt jetzt gefährlich ja die flanke bringt nichts sein jetzt mal schon der britz auf dem flügel ist jetzt platz da sind sie immer noch sehr gefährlich achtung jetzt klasse einsatz nun das lani fridolina rolfe seger ja da ist platz jetzt jetzt könnte sie den ball reinbringen erst mal rausgeforstet mit viel auge holen sich da den ball klasse klasse aktion verteidigt hat im ballbesitz da ist der ball weg und das war's mit dem angriff sie fängt den ball ab sie sehen sich jetzt diesem frühen pressing gegenüber gute pässe jetzt immer wieder wird der ball kurz und schnell weiter gespielt sie liegen hier ja auch vorne also klar nun mal schon der brit naja jetzt müssen sie aufpassen ja gut sie machen da druck jetzt ball ist im haus ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Rubensson Super dazwischen gegangen Es gibt Einwurf für Schweden Und Fischer Und Aslani Rubensson Gute Aktion Gefährlich Kommt jetzt der Ball in den Strafraum Gute Aktion Der Ball ist weg Abstoß Schöne Aktion Gut geklärt aber Einwurf Gute Aktion jetzt Und da ist der Ball wieder weg Weg ist der Ball Maroschan Ja da läuft der Ball sehr gut Sie tun aktuell wenig für die Offensive Aber sie müssen sie auch nicht zwingend Der Britz Und das ist der Ballverlust Gut den Körper eingesetzt Das könnte der Gelegenheit werden Säge am Ball Rubensson Ja könnte was werden Alles sieht gut aus Jetzt ist gefährlich Caroline Säger Gute Aktion vom Keeper Hechtet da zum Ball Sehr aktiv Sehr aufmerksam Sehr beweglich Absoluter Rückhalt So wie hier zu sehen Jetzt die Ecke Situation geht weiter Immer noch gefährlich Il ist dead Nunas Lani Klasse Pass Da haben sie den Ball Gut gemacht Und Maroschan Lässt sich den Ball Nicht abnehmen Ballverluste Könnte in Konter geben Stimmt den Ball da super ab Sie verlieren den Ball Schönes Pressing Jetzt Nun Maroschan Der Britz Und Maroschan Das könnte was werden Jetzt Schöne Flanke Schuss vergeben Der Ball geht vorbei Rubensson Zehn Minuten sind noch Zu absolvieren Jetzt Maroschan Ball läuft gut Sehen wir hier auch Und das ist ja Immer wieder der Fall Heute Ja machen sie klasse Ist ganz sicher Eine ihrer großen Stärken Sieht gefährlich aus Die Hereingabe jetzt ins Zentrum Das hätte gefährlich werden können Gute Aktion Ja setzt gut den Körper ein Das könnte die Chance werden So Platz für die Flanke Gut aufgepasst Sie kann klären Das ist die Chance hier auszugleichen Gute Position für einen direkten Freistoß Gute Aktion vom Keeper Hechtet da zum Ball Sehr aktiv Sehr aufmerksam Sehr beweglich Absoluter Rückgang Wir sehen es hier nochmal Guter Versuch war das Aus der Distanz Aber sie hat gut aufgepasst War ja kein schlechter Schuss Aber eben auch gut aufgepasst Da kommt die Ecke Ja ist es denn zu glauben Sie machen den Ausgleich Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht Und vielleicht gibt es sogar noch mehr So der Treffer nochmal in der Wiederholung Kurz zusammengefasst Gute Ecke Klasse Kopfball Und schon ist der Ball drin Nochmal der Treffer Diesmal aus einer anderen Perspektive Und damit alles auf Anfang Es steht eins zu eins Noch fünf Minuten Und das könnte jetzt hier nochmal Richtig spannend werden Sehen wir noch den Lucky Punch Ball draußen wird ein Wurf geben Jetzt Marosan Ja könnte was werden Schöne Aktion Ja jetzt müssen sie aufpassen Das war knapp Und jetzt haben sie den Ball Ja das sieht gut aus Das könnte gefährlich werden Der Pass Sehr ungenau Wird abgefangen Dabei brauchen sie So dringend einen Treffer Jetzt können sie vielleicht kontern So Konterschance ist erstmal wieder vorbei Da waren sie nicht schnell genug Rubenson Gefährlich Ja schade Da hätten sie mehr draus machen können Das frühe Pressing jetzt Jetzt Marosan Der Britz Jetzt könnte es gefährlich werden Säge am Ball Super Pass Klasse Pass Flanke kommt nicht durch Marosan Kurz vor Ende nochmal der Angriff Oh das könnte was werden Der ist noch heiß Und sie bringt den Ball nicht dem leeren Tor unter Und verpasst damit die Führung Das ist richtig bitter Jetzt Marosan Satte fünf Minuten gibt es an Nachspielzeit in dieser Partie Sieht gut aus Super Ich glaube das könnte es jetzt auch schon sein Die verdiente Führung Ja klar Sie sind das bessere Team Und dieses Tor musste irgendwann fallen Schauen wir nochmal drauf Das hier könnte das entscheidende Tor heute gewesen sein Wolf so kurz vor Schluss kann ich mir nicht vorstellen Dass sie das noch verspielen Und das war eine ganz ganz enge Partie heute die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat hat sie Vielleicht Führungstreffer kurz vor Schluss Ob sie das halten können Das war Pech das ist abseits Dass sie das noch nicht so pushen Caritas H Vijay Körpersen! 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 Körpers der pass hätte mal durchkommen müssen vielleicht jetzt da ist das tor und dieses tor nach diesem perfekten vorchecking ach da haben sie die räume ganz ganz eng gemacht fast schon zwangsläufig der fehler und was war dieser ausgleich in der nachspielzeit jetzt ist hier nochmal richtig feuer drin und die fans natürlich hellwacht nicht auszudecken was hier los ist wenn sie das ding noch komplett drehen und mit diesem tor ist das spiel auch auf der anzeigetafel wieder ausgeglichen eine enge eine spannende partie und wir gehen in die verlängerung